Jetzt habe ich 8 von 10. Das ist ja gar nicht freigeschalten, ne? Explosion. Weißt du, den komischen Flauschig-Dings da? Das macht er mit Explosion-Dings-Element von mir. Das ist unbekannt, aber das andere ist pekant. Das ist interessant, ne? Das ist ja ganz tschekig, das ganze herum nicht. Bei mir gibt es gar keinen Baulu-Baum, das ist das lustige. Bei mir ist da wieder unbekannt, beim Kulu-Yaku-Baum. Da ist bei mir kein Sur und kein... Was auch. Ratajan-Ratalos-Baum, das habe ich alles, aber da fällt... Das ist zwar bekannt, aber da fällt mir die Materialien. Da ist Feuer... Da ist eine Explosion und der Knochen-Baum dann. Der Kartinen-Chef hat eine Mission. Warte einmal. Ah, ich sage 528. Und dann da oben, da habe ich nichts. Das ist ja auch wichtig. Was ist jeder? Da bin ich nicht. Was ist jeder? Wie läufts denn? Verbessert was? Hm. Ausrüst? Hab ich nicht. Schwarz, Stahlschwert kann ich da mal noch schmieden, da fällt mir dieser Drachenaderkristall. Ja das schwarze Ding hab ich schon, aber ich kann Drachen nicht schmieden. Ja, ich brauch Drachenaderkristall noch vier Stück. Aber es kann sein, mein Sprickrex war ich auch nicht, es ist schwach. Aber zumindest für nachher wirds falsch. Hm. Kann ich noch mal. Aliko ausrüsten. Anjanazet, alter wos. Alter wos krieg ich mir... Was heißt ein krummer Knochen fällt hinterher? Ein Drachen. Alter, ich muss ihm die Waffen geben, es hilft ja nichts. Was? Der hat Feuer, 300. Der Anjan hat Waffen, das ist ja nah und fern, kaum 40 und 28. Was hat denn? 25 bis 25. Affinität, minus 30. Ach so. Zwar hat die Explosion drauf, ne? Hm, ja ich lass halt eh, weil zumindest die Affinität ist... 300 Feuer? Ja. Ist auch scheiße. Ja. Ja. Ich find das Explosion besser, weil das einfach so neutral halt ist. Dann brauchst du nicht immer herumärgern und herumtouren, weil ich kann nicht für jeden immer eine Waffen. Mal extra muss ja dazu mal wieder nach Spuren suchen. Ja. Ich schau mal, was... Ich schau mal, was... Revent-Quest hab ich eigentlich. Ich jage zwei Großjagras. Fingerübung. Aber das sind die normalen Jagras. Ich glaube. Acht Leben zu wenig, was ist das? Ich jage alle Zielmonster. Lass wackeln. Lass wackeln. Liefere zehn Wackelwürmer. Oh, ey. Liefere zehn Wackelwürmer. Aha. Ja. Spezial-Arena wär das andere. So. Oh, das... Blöd nur in die Dings. Acht Quest. Ja, das hilft ja nix. Fingerübung. Das bringt ja gar nix. Zwei Großjagras. Anführer des Feldteams. Ein Jage, zwei Urgen. Untersuchungen. Was hab ich da jetzt drin? D-Wespo-Ide den Bucke. Optional-Request. Hm. Neue Definition des Machtpaars. Also das ist... Also suchst grad eine Dings-Untersuchung. Ja, ich such halt grad irgendwas einfach. Damit mir einfach... Ich hab schon wieder zwei angefangen gehört. Aber das... Das sah jetzt schon alles noch raus. Neue Definition des Machtpaars. Das... 142 ist der, alter. Das ist ja... Wie schaffst du denn das? Ja. Ja. Und da hab ich sehr viel Spaß. Ne. Ja, ich brauch echt... Ja, wir können einfach mal Expedition und sonst los starten. Den Kopf hat da Dings... Ein Helm hat neues von... Totengestankhirn. Peter. Totengestankmuskete. Genau. Totengestank. Genau. Totengestank. Totengestank. Ja, das ist alles eine Sache da. Verschiedene Waffen hat da auch gespielt. Ja, Maui haben sie drauf. Nicht so wie wir. Kommt schnell, kommt schnell. Ja. Ich glaub ich nicht viel andere Waffen spielen als die. Ich weiß nicht. Mir reicht's dann nämlich. Weil der da oben hat auch noch ein Quest für mich. Das ist ja der... Was macht man das? Wenn der da ein Quest hat. Was hat denn? Der Meisterkach. Hallo. Der hat auch immer was für Mittel. Ich wollte euch Jäger unterstützen, da ihr es mit diesen neuen monströsen Monstern aufnehmen werde. Die alte Kantine sei langsam alt aus. Aha. In meinem Haus gibt es keinen Stillstand, nur Fortschritt. Also habe ich etwas die Pfoten spinnen lassen und jetzt gibt es alle möglichen neuen Mahlzeiten in der Kantine. Und Spiritosen. Die Spiritosen sind aber nur zum Fell feinern. Fell feinern. Komm nicht auf mir ausgefallene Ideen. Ja, bitte. Und das war's. Das hat er mir sagen müssen. Schön. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Keiner gewesen. Die sind so schön. Ich weiß nicht. Ich mache irgendwie nicht. Das finde ich nicht so lustig, weil du so drinnen bist. Da finde ich das draußen mit dem freien Bewegen lustiger. So. So. Was, 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 was könnte ich machen? Ein Jage-Barot. So. ...dreizig Minuten, furchtun und du kriegst auch 11.000. Boah. Ich habe mich geschaut, wie viele ich ab jetzt schon. Ausgegeben habe ich nichts. Was soll ich herstellen?! Ich werde den halt einmal rein tun für uns, Reggie. Ja. 139.000 hat es schon. Echt? Wie hast du das gemacht? Ich weiß ja nicht. Ich hab ja früher rausgegeben. Ich war 48.000. So. Beitreten, geht schon was? Nein, warte. Quest. Jetzt geh ich selber auf Quest weiter. Quest bekannt war. Und da suchen wir ein Jahr gefahren. Ja. Er ist ja kaum möglich, wenn er vom ersten Lager lossteht. Der Optionaler. Wo ist er? Da zu unten. Ah, Gutschein. Da hab ich nur mehr einen. So. Der war. So gut, wenn wir eine Rüstung einführen. Der Fahrrad ist nämlich sowieso auch so super viel. Hm. Den hab ich auch so gern gehabt. Nein. Ist es der, der sich so geschüttelt hat im Schlamm? Ja. Ja, ich schau. Ich hock mich nebenzu, wie nicht. Statt ich was essen. Ach so. Schnau. Schnell startdrucken, bevor sie in den Ofen einschaut. So lange. Ja, obwohl das hat normal nichts mit dem zu tun. Weil ich hab mehrere Folgen, hab ich das auch. Und da ist es keine Urheberrechtsverletzung. Das ist das Lustige. Sicher, sicher. Wo ist denn das Kisterl? Ja. Brocken einbrocken schon. Hm. Hallo. Hast du ihn schon? Na. Aber ich hab Rathian Fußspur gefunden wieder. Sehr gut. Und da nochmal alte Rathian Fußspur. Wo bist denn du schon wieder? Ja, einfach die Dinger nachgegangen. Nö. Rathian. Warte, jetzt hab ich ein Rathian. Oder? Zwei Monster? Ein Zielmonster. Da. Schuppen. Ist ja gar. Götter Käfer. Nein, mach mit. Das ist okay. Jetzt lass ich mich einrennen. Und da ist auch was gewesen. Bist du da schon oben gewesen? Da waren ja welche Fußspuren allerdings. Naja. Du, ich vergess immer das Inventar mal zum leeren. Verdammt. Punkt voll. So ist es mir immer gegangen. Da sind die Tepperten wieder. Ah, wir gehen schon wieder rauf. Gern. So. Fahrradspuren. Bling, bling. Pssst, ganz ruhig. Ah weh. Ah, ich hab ihn schon. Er ist ja schon. Ja. Da ist er wie ein Tester. Ist ganz wichtig. Ich hab den Kulu ja Kugfußspuren. Dann gibts den da. Alter. Naja. Dann gibts den auch noch bloß. So, den kann man schon mal markieren. Da ist Kulu. Der kommt jetzt schon gemütlich. Vielleicht kommt dann die Diablos bloß auch noch. Ich sehe, ne. Der kommt noch zehnmal hoch. Er kommt jetzt schon. Warten wir auf ihm. Er springt wahrscheinlich her. Ja, ja. Hallo. Ich bin dann mal anklopfen. Ne, ich glaubt er nicht. Er schreibt mich schon wieder an. Ich wollte ja gar nicht schlagen. Er war's. Ja. Aber geh auf ihm. Ja. Ja. Er hat schon so einen Schlammbarzer leer gehabt. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bei dem hinhaust. Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht. Jetzt läuft er weg. Ah, hat er schon so viel gekriegt, dass er sich nichts mehr taugt? Ne, anscheinend. Der ist schwach schon. Der ist schwach schon. Ich hab den so gehostet, Alter. Der war so nervig. Da ist ja noch ein Blaues da oben. Ah. Er ist ja stehen geblieben da vorne. Schau jetzt dampf da beim Kopf. Ah, schau mal, meine Dinger sind da meine Katzerl. Katzerl? Ja, die singen dann was. Boah! Der hat gesessen einmal, he? 120 verwechselt. 120. Oh weh. Schlamm. 100. 120. 100. 100. 2 Mal. Und. 3 Woh! Ich kann nicht ausdrücken. weg, aber es hat mir ein Topf für mich. So. Ja, super! Was haust ich mit dem Schädel? Ich mein, ich werde teppern. Ich brauche nicht mehr ab jetzt. Was ist denn da jetzt? Was hat denn? Hau ihr weg, den Schwanz da! Hinten, du! Ich weiß nicht. Einmal weiter. Einmal weiter. Ei, ei, ei. Da ist was. Hoppala! Ich hab gedacht, du bist fuhrt. Da räumt er mich. So, ich muss jetzt auch dringend weg. Was ist denn da, Alter? Was ist denn jetzt? So gut geht es ihm aber nicht mehr, ha? Na. So gut geht es ihm aber nicht mehr, ha? So gut rumpelt ist er. Ich geh lieber am langen Rätseln wieder. Aber jetzt muss ich nicht mehr so auf. Na. Am Anfang war es schon schlimm, ja. Es hat ihn länger jetzt im grünen Bereich. Weil die Explosion ist schon geil, wenn ich dann so 120 schonen einmal rauskomme. Dann machst du so 30, 40, 50 und dann noch einmal 120. Das ist der Wahnsinn. Der springt um mich. Ein paar Steine damit. Keiner anschmeißen. Vielleicht trifft ihn im Auge. Den Hundchen. Na ja, da sieht er nichts. Ganz schief von hinten geh ihn an. Ganz schief. Jetzt kommt der Dings, der Diabolo. Ja, das passt ja. Ich habe ihn versteckt. Ich schmeiß... Ich tritt nicht, Alter. Ich will ein Narisch. Ja, ja. Ich muss da weg. Ich schmeiß ein paar Steine am Schädel. Ich stehe in ihm, Alter. Ja, genau. Wieso immer so schnell dreht da? Wieso immer so schnell dreht da, gell? Ja. Ja, das hat einmal weh dann. Das war das Clear. Das hat er nicht möglich. Was ist da? Ich sehe nichts mehr. Er dampft oder eine Lokomotive? Hinter dem Stein verstecken. Jetzt rennt er wieder in die. Komm mal da. Da ist eine Falle. Haha! Ein ins Fusserl da. Oh! Ja, komm her! Ja! Er schleidert sich ja wieder. Du hast schon beidelt, dein Dreck, also. Ich schmeiß mit'n Sternhau. Daher, komm und da! Na, komm ich nicht doch! Na, aber ich wollte aber auch Ruhe wie ich mache. Das ist doch sonst. So, schön in die Falle rein. Nehmen wir mit. Jetzt hat er geschein' gekriegt. Na? Ja. Das ist jetzt nicht oft volles Schwanz. Ich hätte geborene Teile, aber er hat nimmer. Ja. Vielleicht liegt da ein Schlamm drin. Oh, mein Gott! Na, ich laufe voll einig. Was ist da? Na, dann werde ich ganz schlank. Hahaha! Bitte recht freundlich. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, muss ich dir ein zweites Arschloch klopfen. So! Kann man das auch? Haha! Wen ist denn da? Na, hier wird gressen oder was? Ja, was ist denn da? Oh! Oh! Anlauf nehmen. Wie Rahmen, ne? So, ich muss bis drüten. So. Ja, der hat's geist. Na, der kann ich schon gekriegt jetzt. Wappala. Umdrehen. So. Na, beweg dich! Ich kann mich nicht bewegen. Na weh! Das hat weitt an. Wartan! Was gibt's und da immer Da ist die Frage, hat er was voran lassen? Ne, jetzt ist er gleich fällig Wenn ich das so weit springen kann Na, da wird's vielleicht Ja, lauf nur, schrau wie er schreit, schaut, da ist wieder ein rotes Ding Na, jetzt zählt sie aus Na ja Jetzt ist er stehen geblieben Schaut er, blöd Ne, haben wir nicht gewusst So, ich geh mal kurz in die Höhle da rein Ah, ein Feiltrank Ja, ich hab ein Müssen Heiltrank nehmen in die Höhle Er kann nicht mehr Was tut denn das Fusserl weh Da ist was gell Schleuderfackel, das nehmen wir mit Schleuderfackel, da stehe ich noch Wo ist er denn jetzt, da hinten Ja, rein, sehr hast du Er ist, er ist, er ist, er humpelt da vorne Geht's nicht so gut Er hat Hämorrhoiden Sehr große Kann man besser draufwaschen, wie das wild ausschauen muss Ja, draufwaschen Tja, er sollt er sich hinkriegen, jetzt geht er schlafen Ja, da müssen wir ihn anschießen, ne, warte mal Ich weiß nicht, wo ich bei ihm drauf fahren soll Ja, vorne Vorne ist er ja Bounceart beim Schädel bis zum Gärtner Also, ich könnte jetzt draufschießen Geht's an, du? Ja, klar So, hat das was jetzt gebraucht? Nicht viel So, ich bin jetzt, wie ist es, hat er viel zu voll Na, jetzt ist er da gepanzert, oder wie? Ja, so überall, irgendwann ist er überall gepanzert, oder? Ah, der hat eine Blitzfalle aufgestalt, warte mal Guck mal da, Alter Guck mal da, Alter Mein Gott, du Ich seh den Dreck spotst ja nicht einmal Beim Wasser liegt, ja, ich möchte nur aus dem Dreck aussehen Aus dem Scheißhafen, wenn du da hinlegst, du dummes Zau, du Ich bin schon wieder dummisch Ungute Schweine, hörst du Da scheiße hinlegen am Boden Ich komm einmal zu dir heim und scheiße da alles Ich glaub, das stört mich nicht Ja, wahrscheinlich Gut, eigentlich sind wir bei ihm daheim Nö Das ist ja das Problem Da siehst du, wie der mit seinem Podium wird So 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 Ja, gib ihm, so Nein, nicht da Ja, so war irgendwas So Schau, Alter Er blockt schon wieder Er blockt schon wieder Er blockt schon wieder Ich bin sicher Suck mia, Alter Was ist das Wie ist denn Wenn ein massaker ich glaube der wort war der wasser lauer Nein, normal nicht. Ach, gibt's da schon Schrein? Nein. Ich blöcke schon wieder. Harte, blöcke schon. Wie, Alter? Warum spricht meiner immer voller Lalo? Jetzt! Ich sehe nichts. Was ist das? Da hinten ist er. Was ist das da? Barot Thorax. Wo ist der Schwanz gewesen? Der eine ist so schwer. Das ist die Frage jetzt. Edelstein, Vivian. Barot Schwanz. Da liegt er. Im Wasser. Siehst du gar nicht. Servus. Hier schieße ich halt Starne an. Guckst du's tun? Sehr schön. Der war ja gar zu schwer. Hm? Das wundert mich. Der war leicht. Der war der erste. Der ist mir vollkommen viel härter. Wenn ich das erste Mal das so gemacht hab. Boah. Da hat er mal wieder ein Ding gekriegt. Hochwertige Knochen. Monster spielt's Knochen. Sie waren Edelsteine. Während eines Vivianlebens sammeln sich nicht schon. Vor allem diese Steine. Selten als sieben. Besondere Belangen. Ich muss nur sagen, Vivian Stein kriegt irgendwo. Was ich nicht. Vivian Edelstein. Keiner. Ja, nehmen wir mit. Was hat er gesammelt? Ach, ich nicht jetzt. Hm. Was kriegen wir da wieder raus? Hungerfreijuwelen. Zwei. Zwei Dinger hab ich gekriegt. Geil. Ja, 5000. Geruchsjuwel. Dann kann ich besser riechen. Ja. Wasserabwehr 1. Es wurde eine neue Arena-Quest zugefügt. Ohohohoho. Noch ein Abbild. Ok. Hm. Radonlos ist ja gut. Der Radon ist ja gut am gestingen. Ja. Vielleicht ist wieder... Vielleicht kommen sie jetzt wieder mit einem neuen Aufbau. Ja. Anana. Hey, Partner. Ah, ja. Ah, ja. Ah, na. Ah, na. Ah, na. Wo hat die Zug abgeschlossen? Die Safari-Truppe ist zurück. Und die muss ich ja schauen, genau. Lieferung, hab ich da was? Nein. Oder Plätze? Dann schauen wir mal, was die Safari-Truppe so bringt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ein Rindblick. Schau da. Da rennt man noch. So. Gehen wir da rein. Oink, oink. Hoppala. Ich betritt meinen Raum und meine Waffen ist schon drin. Und weiter. Nein. Schon die Furche geschmissen, ne? Ja. Der ist schnell. Aber ich könnte ja einen Stinkkäfer platzieren, oder? Ohne einen Platz. Hausdieb platzieren. Roskyros-Schuppen. Näherndes Mist. Nein. Ich brauche halt die Prisma-Dinger da. Der Rest. Bittu ein großer Karpfen. So. Legt er nicht. Schau, dann schicken wir es wieder los. Nein, siehst du es halt vergessen. Dass du mich erinnerst. Abenteuer von Calimero. Da ist der Taperider dabei. Mhm. Anfried Meier. Der Herbert ist auch bei mir da. Von Peter. Von Peter. Er hat eine Verwesung, ne?